Wir sind gleich soweit. Das ist Gerv. Der hatte die Idee. Das ist der Jens und der führt das Ganze aus. Und nun? Nun wird Spanien geschützt worden. Das wird in Zukunft anders. Wir sind in einer Minute wieder auf Sendung. Da sollte der Song eigentlich laufen. Ich kann auch singen. Ich kann singen, malen und rappen. Rock'n'Roll, Sex, Funk und Tutti. Ja, das trifft das Song. Und Tutti. Auch als Untoter steht ein Domspatz immer noch unter dem Schutz der katholischen Kirche. Gott ist tot. Ja, wunderbar. Das ist hervorragend. Das ist die Dank. Die Beteiligung. Die Beteiligung.